Ich weiß, was ich bin. Wissen Sie das wirklich? Hier geht es ums Geld, Mike. Oh, er hat ein Problem. Daran könnte ich nicht gewinnen. Ja, warte, es ist doch noch ein bisschen. Das ist nicht möglich. Ach, du lenkst jetzt. Du träumst, ich. Du sollst lenken. Ich werde uns verbringen. Änder an die Klippe, so ist es. Wirklich gut. Oh, das ist super. Noch ein Stück. Schnapp dir die Termini vom Berger. Genau wie ein Fall. Und wir sind vier Bundesstaaten von deinem Auto entfernt. Diese Insel ist nicht mehr her. Ehrlich nicht? Nein. Ich habe übrigens Termine. Ich habe übrigens einen Staten. Ich habe übrigens einen Staten. Die Tür ist zugeschweißt. Zeig drüber. Das ist aber nicht ladylike.